Also eine Markierung, dass ich weiß, dass ich hier jetzt anfange mit dem Endteil. So kurz noch gucken, ob der Samurai jetzt noch an ist. So und dann laden wir und wir besiegen unsere letzten Bosse. So. 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 Ich finde das immer wieder schön, diese Ecke. Ist auch eines der ersten Artworks, die sie zum Remaster bzw. Remake herausgegeben haben. Und was ich natürlich auch ein nettes Detail finde, das hier ist ja eine von der Optik typisch japanische Stadt hier im Umfeld, wenn man hier so die Gebäude drum herum anguckt, sieht man ein bisschen, und das ist ja dann dementsprechend eventuell die Stadt am Ende von Drakengard 3 und die Diener von Drakengard 3 haben sich alle in weiße Tauben verwandelt und diese weißen Tauben hier können sprechen. Zufall? Was? 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 Ich habe das schon mehrfach Angst vor dem Gezeiht. Übrigens, kennst du da eigentlich das Ending mit Emil? Wo der quasi überlebt Wird ich auch nochmal Damage nehmen? Die haben dreimal geported bevor sie überhaupt Damage gekriegt haben Beziehungsweise bevor sie ihre Katzen triggern Oh, das ist so weg Warum? Die Antwort auf jeden Ritual liegt mit dem Devela und Popla sind uns. Ja, sie sind uns durch einen großen Teil von Schra... 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 Okay. Was ist das? Okay. Okay. You won't stop coming! I'll open the next door. Cover me! Oh, how'd you love a good day? Knock it off, Vice! Oh, right. Check the house, you nurse. Good plan, let's go. Take Kaine for us! Door? Come on. Oh, come on! Kaine, hurry! It's not open yet? Do I look like a goddamn locksmith to you? Now you eat it. ... ... ... ... ... Das war's. 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 Boah, ich stößte mich auf oben während die Kamera da läuft. Sollte die Kamera da läuft. Oh, we would have it be human to use them. All of usual notes, not each crate. Wait, sorry, please under the... I'm nothing like you. None of us are. So. I feel like the face is so... Vielen Dank. Hm, wo ist Emil hin? Komisch. Darf ich durch? Nein, da bin ich nicht. Ja, 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 da bin ich nicht. Okay, ich sollte vielleicht nicht sterben. Ja, da bin ich nicht. 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 Ja, ja, da bin ich nicht. Ja, da bin ich nicht. Ja, da bin ich nicht. Warum? Ich verstehe nicht! Entschuldigung, Sonne. Vielleicht bin ich einfach besser als du denkst. Entschuldigung, ich will mich nicht so machen. Ich liebe es, wenn Menschen mit mir sind. Ich werde dich aufbauen, Sonne. Ich werde dich aufbauen. Karne, was ist das? Entschuldigung. Die Schade in mir ist growing. Und ich kann es nicht zuhören. Soon. Real soon. Ich werde mich aufbauen. Ich kann es nicht mehr zurückhalten. Karne, du musst dich kämpfen. Du musst... Entschuldigung und hör mich! ...dass mich. Emila ist weg, okay? Also keine Konsequenzen kann mich aufbauen. Bitte. Please, before it comes to that, I want you to kill me. Consider it a final request. Ich bin wirklich ein 40 per Kleider weggelegt. Als Gestalt aus Kontrollen verlieren sie ihre Gelegenheit. Deine Gelegenheit und meine Gelegenheit werden komplett überrascht. Karnay! Run! 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 Goddammit! There has to be a way! No! We didn't come here to watch each other die! We didn't come here to watch each other die! We didn't come here to protect him under his gloves! We didn't come here! I'm going to save you! I swear it! Well... There might be one way to save her. Who said that? It don't matter, so don't ask. Just shut up and listen. Wait, are you... I said listen! There's a way to save Kainé's life, alright? But you're gonna have to make a difficult decision. I'll do whatever it takes. When the time comes, I'm going to pin Kainé down. Very nice. Now, if you want to save your precious Kainé... There are two ways to do it. One... Is to plunge your sword into her chest. That's what she wants after all. Freedom from burdens. Freedom from life. What's the other way? The other way... Is to make her a normal human being again. But to make that happen... You gotta trade your own existence for her. Well, there you go. Good luck with that. You're the shade inside Kainé. Why are you trying to help her? Probably for the same reason you are. Enough talk. Make your choice. You will disappear from this world. Your daughter. Your friends. Everyone in your life. will forget you. You and any sign that you ever existed will be erased. And in exchange... Kainé will return to her mortal life. No one needs to be erased. The same thing is you. No one needs to be erased in your mind. Okay. Gib me the other way. No one needs to be erased. werden? Bist du dir wirklich sicher? Dies ist deine letzte Chance, es dir noch einmal anders zu überlegen. Bist du dir wirklich, wirklich sicher? Gib den Namen des Spielers ein, der gelöscht werden soll. Der richtige Name wurde eingegeben. Alle Spielstände werden gelöscht. Das ist so eine fiese Socke, ey. Das ist so eine Fische. Spielstand eins wird gelöscht. Gelöscht. Spielstand zwei wird gelöscht. Gelöscht. Spielstand drei wird gelöscht. Gelöscht. Er hat ihn wieder umgezogen. Ich bin froh, dass du gut bist. Ich bin froh, dass du den Schattelort und alles verletzt hast, aber du bist nicht glücklich. Ich bin froh. 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 Da becuri, si no ha-li, ho-ka-yoshi-e-boh-la. Da becuri, si no ha-li, ho-ka-li, ho-ka-li, ho-ka-li. Da becuri, si no ha-li, ho-ka-li, 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 ho-ka-li. Untertitelung. BR 2018 Walaikisse Walaikinaru Machio Wokai Nani nari Atu Shonakachi Walaikini Kareia Kareia Kareul Kareul On Ich frage nicht, ob die Kredits kürzer in der japanischen Version sind, weil hier sind ja noch die ganzen Lokalisierungsleute drin. Ich weiß nicht, ob sie das dann auch da reingepackt haben. Ich frage nicht, ob sie das dann auch da reingepackt haben. Ich frage nicht, ob sie das dann auch da reingepackt haben. Vielen Dank fürs Spielen. Du mich auch, Joko. Oh, das ist ein schöner Screen. Der gefällt mir. Habe ich irgendein Leitzeichen, dass da steht, dass ich Ending D gemacht habe?